Maschinenbau bedeutet für mich Zukunft. Herausragende Technik und Präzision. Maschinenbau bedeutet für mich Made in Germany. Das Besondere an Achenbach ist, dass Achenbach ein Familienunternehmen ist und dass das gute Miteinander hier groß geschrieben wird. Meine Ausbildung ist vor allem facettenreich, interessant und herausfordernd. Man sollte sich für die Ausbildung zur Industriekauffrau entscheiden, weil man selbst nach der Ausbildung vielfältige Einsatz- und Weiterbildungsmöglichkeiten hat. Durchlaufen hier sehr viele Abteilungen und lernen wirklich das ganze Unternehmen komplett kennen. Besonders außergewöhnlich finde ich, dass wir abgesehen von den kaufmännischen Abteilungen auch in die gewerblichen Abteilungen reinschauen können. Dass man auch berufsübergreifende Abteilungen kennengelernt hat. Mich fasziniert am meisten, dass wir Weltmarktführer sind und alles, was wir hier herstellen, Made in Bushitten ist. Dass ich als Auszubildende einen kleinen Teil zu einem großen Waldswert beitragen kann. Mir gefällt besonders, dass wir uns durch die vielen Abteilungswechsel ein gutes Bild von dem Beruf machen können. Sehr gut gefällt mir zum Beispiel der Werksunterricht. Das bereitet uns wirklich top auf Prüfungen oder vorstehende Klausuren vor. Das Besondere an der Ausbildung ist das freie und abwechslungsreiche Arbeiten. Die Ausbildung eignet sich vor allem für Leute, die sehr kontaktfreudig sind, für Menschen, die gut planen und organisieren können. Für Menschen, die teamfähig, kommunikationsstark und begeistert an Bürotätigkeiten sind. Wer offen ist, mit Menschen umgehen kann und Lust hat auf einen sicheren Job, der ist hier genau richtig. Macht euch ein eigenes Bild, kommt vorbei, bewerbt euch. Wir sind keine Mitarbeiter, wir sind Achenbacher.